Willkommen bei Granisolar. Ich bin Justin Gunn und heute habe ich ein neues Portfolio-Update für euch, den PowerShaper XL von Pixi. Der PowerShaper XL ist ein modulares und skalierbares Energiespeichersystem für den Commercial-Bereich. Mit einer Leistung von bis zu 60 kW und 200 kWh LFP-Batterien ist der PowerShaper XL ideal zur Optimierung des Energieverbrauchs, Lastspitzenkappung und zur Netzausbauvermeidung geeignet, wodurch Betriebskosten in Echtzeit gesenkt werden können. Eine Besonderheit des PowerShaper XL ist die Ermöglichung neuer Einkommensquellen. Durch die Teilnahme an Netzdienstleistungen wie Frequenzregelung und Spannungsregelung trägt das System zur Netzstabilität bei. Mit dieser Funktion hilft der PowerShaper XL, den Wert der Anwendungen zu maximieren und sowohl Kosteneinsparungen als auch Einnahmen zu generieren, was zu einer schnellen Amortisation führt. Mit seiner schnellen Reaktionszeit eignet er sich hervorragend für die Anwendungen wie E-Auto, Ladeunterstützung und Frequenzregelung. Dank seines breiten Funktionsspektrums und des galvanisch isolierten AC-zu-DC-Wandlers bietet er höchste Sicherheit und Effizienz. Die 48 Volt Batteriespannung erleichtert zudem den Service und die Wartung des Systems. Das System ist für eine einfache Installation konzipiert, es wird mit vorinstallierten Batterien geliefert und kann autonom betrieben oder in höherstufige Energiemanagementsysteme integriert werden. Die Fernsteuerung und die Überwachung erfolgt über das PIXI Gateway, welches Zugriff auf Echtzeitleistungsdaten und Systemsteuerung bietet. Die Kommunikation erfolgt über MQTT, Modbus TCP, 4G oder Wi-Fi. Zudem arbeitet das System zuverlässig bei Umgebungstemperaturen zwischen minus 20 und plus 45 Grad Celsius, wobei eine aktive Kühlung durch Ventilatoren erfolgt. Optional kann auch eine Klimaanlage integriert werden, um eine noch bessere thermische Kontrolle zu gewährleisten. Dank der Schutzklasse IP55 ist das System sowohl im Innen als auch im Außenbereich einsetzbar. Der PIXI PowerShaper XL wiegt 2000 Kilogramm und ist 1194 Millimeter breit, 1160 Millimeter tief und 2324 Millimeter hoch. Wenn ihr mehr über den PowerShaper XL von PIXI erfahren möchtet, besucht unseren Kranich Webshop oder kontaktiert euren Kranich Ansprechpartner. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.